Servus, Jungs, Servus, Mädels. Wir stehen hier an einem historischen Platz und zwar, das ist der Salzabass, der ist mautfichtig. Das heißt, man muss hier was bezahlen, wenn man hier durch will. Und es besteht Überholverbot. Die Mindestgeschwindigkeit ist hier angegeben mit 666 Meter in der Sekunde. Also weniger sollten wir hier nicht fahren. Und das Mindestalter ist 70 Jahre. Deswegen ist es hier also still. Naja, nicht schlecht. Haben wir wieder was gelernt. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.